Es ist jetzt weiter zu tun. Komm, machen wir eine Reise. Oh, die Croissant für die Ewigkeit. Räum das weg, wir gehen weiter. Räum das weg. Deine Nutella. Deine Zwei-Nutella. Deine Zwei-Nutella. Deine Zwei-Nutella. Deine Zwei-Nutella. Deine Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Deine Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Deine Zwei-Nutella. Die Zwei-Nutella. Oh, das ist so süß. Ja, das ist ziemlich süß, Mann. Oh, das ist so süß. Du bist aber wirklich nicht besonders ein Hübscher, ne? Ha-ha-ha… Louis, das ist mir nicht gefeuert! Louis, das ist zu wackelig! Du weißt, ich hab höhen Angst! Okay, Louis, ich komme! Klammergriff! No, bitte pinst sie wieder zusammen. Nein, bitte, bitte pinst sie zusammen, sonst rutsche ich aus dem Bein auf den Aus. No, dann macht sie dich noch weicher. Nein, nicht, dann macht sie dich noch weiter auf. Stopp, sonst soll er sich durchs Loch. Nicht durchs... Nein, nein, wie kannst du das zöhnen? Oh, nein, du musst sofort aufhören. Sonst sind wir keine Freunde mehr. Kann ich bitte durch? Natürlich, aber leider wurde ich festgebunden. Oh mein Gott. Können wir zusammen vielleicht doch wieder weitermachen? Oh, nein, ich bin ein bisschen. 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 Alle Ängste, alle Sorge Alle Ängste, alle Sorge Alle Ängste, alle Sorge Sagt man Blieben darunter verborgen Und dann Nur was uns groß und richtig erinnert Plötzlich nichtig und klein